so leute was geht groß geht raus auf jeden fall von mir wir zocken heute super smash braders ultimate hier ist das gute stück ich bin auf jeden fall noch gerade das update am ziehen weil es könnt ihr hier sehen download läuft noch also ich habe es auch noch nicht gespielt noch nicht einmal und bin gespannt wir werden es uns jetzt auf jeden fall gleich mal reinziehen ein kleines fazit kommt am ende wie es so ist ich bin sehr gespannt sehr gespannt und auf jeden fall wir schnitten jetzt mal rein in das game los geht's jeder soll contains a whisper of light gleaming fangly as it dwindles from sight no escape no greater fate to be made in the end the chains of time will not break colors weave into a spire of flame distant sparks call to a path still unnamed bear this torch against the cold of the night search your soul and reawaken the undying light super smash braders Super Smash Bros. Ultimate. Jawohl Leute, ich zieh mir jetzt erstmal schnell einen Kaffee und dann werd mal reinschnicken. Los geht's jetzt auf jeden Fall. Wir nehmen, ach komm wir nehmen Donkey Kong Mario. Let's go baby. Steuerung Leute, muss ich mich erstmal selber rein fixen, aber vielleicht beim nächsten Mal werd ich's euch mal erklären, weil ich wisst ja selber noch nicht so richtig wie's geht. Oh, wie kann man das Ding greifen? Was ist denn das überhaupt für ne Kugel ey? Boah, Special. Oh, voll vorbeigehauen das Ding. Boah, warum hat ein R2 ja jetzt? Was geht denn hier ab? Oh, das ist aber auch voll funny ey. Ich muss es sagen, er macht mich platt. Er macht mich platt. Was geht denn ab? Alter, hier in diesem Game. Oh shit. Los. Los. Hier. Oh fuck. Fuck. Los. Oh. Hab ich's geschafft? Oh. Ich hab gewonnen. Geil. Ah, ist doch genau sein Ding, ja. Ja, das läuft wie ein Heimspiel hier. Leute. Oh, ich bin selber runtergefallen. Oh, Mensch. Oh, das Ding hab ich gewonnen. Hundertprozentig. Was? Ah, der hat mich von der Plattform genommen ey. Oh, ich schlag einfach vorne ey. Los, noch ne Runde. Ich bin gerade einfach suchti ey. Wirklich. Oh. Leute, wirklich. Es ist einfach total funny. Einfach funny. Empfehlung. Pur. Empfehlung. Nein, nein. Los. Geil. Oh. 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 Ich muss nur noch das checken, wie das mit diesen Special-Attacken geht. Das habe ich noch nicht so richtig raus. Den mit den aufladen. Komm, komm. Oh, 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 oh. Es war eine enge Kiste. Nein! Oh, er rastet komplett aus. Wo ist er hin? Alter, wie komme ich denn hier? Boah, der hat mir mein Leben genommen. Ah, wie geht das mit den Special-Dingern? Oh, er hat ihn nicht mal getroffen. Aber gewonnen, Leute. Gewonnen. Geil. Schönes Spiel, schönes Spiel, schönes Spiel. So, Leute, auf jeden Fall. Erster Eindruck. Super Smash Bros. Ultimate. Wirklich geiles Spiel. Wirklich geiles Spiel. Es macht mega Spaß. Erster Eindruck. Wirklich Suchtfaktor, würde ich mal fast behaupten. Ich bin mal noch ein bisschen gespannt. Online werde ich auch mal nochmal ein Video dazu machen. Aber erster Eindruck. Mega genial. Suchtfaktor ist da auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß. Also, Steuerung. Mal sehen. Eigentlich gar nicht so kompliziert, aber noch ein bisschen gucken, so wie diese Special-Attacken und sowas gehen. Aber auf jeden Fall erster Eindruck. Bombe. Erste Sahne. Gruß geht auf jeden Fall von mir raus. Lasst ein Abo da. Dies, das. Ihr kennt das ganze Spiel. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020